Kapitel 4 von Klein Zaches, genannt Zinnober, von E.T.A. Hoffmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Viertes Kapitel. Wie der italienische Geiger Spiocca den Herrn Zinnober in den Kontrabass zu werfen drohte und der Referendarius Pulcher nicht zu auswärtigen Angelegenheiten gelangen konnte. Von Mautoffizianten und zurückbehaltenen Wundern fürs Haus. Balthasars Bezauberung durch einen Stockknopf. Auf einem hervorragenden, bemosten Gestein im einsamsten Walde saß Balthasar und schaute gedankenvoll hinab in die Tiefe, in der ein Bach schäumend fortbrauste zwischen Felsstücken und dicht verwachsenem Gestrüpp. Dunkle Wolken zogen daher und tauchten nieder hinter den Bergen. Das Rauschen der Bäume, der Gewässer ertönte wie ein dumpfes Winseln, und dazwischen kreischten Raubvögel, die aus dem finstern Dickicht aufstiegen in den weiten Himmelsraum und sich nachschwangen dem fliehenden Gewölk. Dem Balthasar war, als vernehme er in den wunderbaren Stimmen des Waldes die trostlose Klage der Natur, als müsse er selbst untergehen in dieser Klage, als sei sein ganzes Sein nur das Gefühl des tiefsten, unverwindlichsten Schmerzes. Das Herz wollte ihm springen vor Wehmut, und indem häufige Tränen aus seinen Augen tröpfelten, war es, als blickten die Geister des Waldstroms zu ihm herauf und streckten schneeweiße Arme empor aus den Wellen, ihn hinabzuziehen in den kühlen Grund. Da schwebte aus weiter Ferne durch die Lüfte daher heller, fröhlicher Hörnerklang und legte sich tröstend an seine Brust, und die Sehnsucht erwachte in ihm und mit ihr süßes Hoffen. Er sah umher, und indem die Hörner forttönten, dünkten ihm die grünen Schatten des Waldes nicht mehr so traurig, nicht mehr so klagend das Rauschen des Windes, das Flüstern der Gebüsche. Er kam zu Worten. »Nein«, rief er aus, indem er aufsprang von seinem Sitz und mit leuchtendem Blick in die Ferne schaute, »nein, noch verschwand nicht alle Hoffnung. Nur zu gewiß ist es, daß irgendein düstres Geheimnis, irgendein böser Zauber verstörend in mein Leben getreten ist, aber ich breche diesen Zauber und sollt ich darüber untergehen.« Als ich endlich hingerissen, übermannt von dem Gefühl, daß meine Brust zersprengen wollte, der holden süßen Candida meine Liebe gestand, las ich denn nicht in ihren Blicken, fühlte ich nicht an dem Druck ihrer Hand meine Seligkeit? Aber so wie das verdammte kleine Ungetüm sich sehen läßt, ist ihm alle Liebe zugewandt. An ihr, der vermaledeiten Missgeburt, hängen Candidas Augen und sehnsüchtige Seufzer entfliehen ihrer Brust, wenn der teppische Junge sich ihr nähert oder gar ihre Hand berührt. Es muß mit ihm irgendeine geheimnisvolle Bewandtnis haben. Und sollt ich an alberne Ammenmärchen glauben, ich würde behaupten, der Junge sei verhext und könne es, wie man zu sagen pflegt, den Leuten antun. Ist es nicht toll, daß alle über das missgestaltete, durch und durch verwahrloste Männlein spotten und lachen, und dann wieder tritt der Kleine dazwischen, ihn als den verständigsten, gelehrtesten, ja wohlgestaltetsten Herrn Studiosum ausschreien, der sich eben unter uns befindet? Was sage ich? Geht es mir nicht beinahe selbst so? Kommt es mir nicht auch oft vor, als sei Zinnober gescheit und hübsch? Nur in Candidas Gegenwart hat der Zauber keine Macht über mich. Da ist und bleibt Herr Zinnober ein dummes, abscheuliches Allräunchen. Doch, ich stämme mich entgegen, der feindlichen Macht, eine dunkle Ahnung ruht tief in meinem Innern, irgend etwas Unerwartetes werde mir die Waffe in die Hand geben, wieder den bösen Unhold. Balthasar suchte den Rückweg nach Kiribis. In einem Baumgange fortwandernd, bemerkte er auf der Landstraße einen kleinen, bepackten Reisewagen, aus dem ihm jemand mit einem weißen Tuch freundlich zuwinkte. Er trat heran und erkannte Herrn Vincenzo Spiocca, weltberühmten Virtuosen auf der Geige, den er wegen seines vortrefflichen, ausdrucksvollen Spiels über alle Maßen hochschätzte und bei dem er schon seit zwei Jahren Unterricht genommen. Gut, rief Spiocca, indem er aus dem Wagen sprang, gut, mein lieber Herr Balthasar, mein treuer Freund und Schüler, gut, daß ich Sie noch hier treffe, um von Ihnen herzlichen Abschied nehmen zu können. »Wie?« sprach Balthasar, »wie, Herr Spiocca, Sie verlassen doch nicht Kiribis, wo alles Sie ehrt und achtet, wo keiner Sie missen mag?« »Ja«, erwiderte Spiocca, indem ihm alle Glut des inneren Zorns ins Gesicht trat, »ja, Herr Balthasar, ich verlasse einen Ort, in dem die Leute sämtlich närrisch sind, der einem großen Irrenhause gleicht.« »Sie waren gestern nicht in meinem Konzert, da Sie über Land gegangen, sonst hätten Sie mir beistehen können gegen das rasende Volk, dem ich unterlegen.« »Was ist geschehen um tausend Himmels willen?« »Was ist geschehen?« rief Balthasar. »Ich spiele,« fuhr Spiocca fort, »das schwierigste Konzert von Viotti. Es ist mein Stolz, meine Freude. Sie haben es von mir gehört, es hat Sie nie unbegeistert gelassen. »Gestern war ich, wohl mag ich es sagen, ganz vorzüglich bei guter Laune. Anima, meine ich, heiteren Geistes, spirito allato, meine ich. Kein Violinspieler auf der ganzen weiten Erde, Viotti selbst hätte mir nicht nachgespielt. Als ich geendet, bricht der Beifall mit aller Wut los. Furore, meine ich, wie ich erwartet. Geige unter dem Arm trete ich vor, mich höflichst zu bedanken. Aber! Was muss ich sehen, was muss ich hören? Alles, ohne mich nur im Mindesten zu beachten, drängt sich nach einer Ecke des Saals und schreit, »Bravo, bravissimo, göttlicher Zinnober!« Welch ein Spiel, welche Haltung, welcher Ausdruck, welche Fertigkeit! Ich renne hin, dränge mich durch. Da steht ein dreispannenhoher, verwachsener Kerl und schnarrt mit widriger Stimme, »Bitte, bitte, recht sehr, habe gespielt, wie es in meinen Kräften stand. Bin freilich nunmehr der stärkste Violinist in Europa und den übrigen bekannten Weltteilen.« »Teufel, Teufel!« schrie ich, »wer hat denn gespielt, ich oder der Erdwurm da?« Und als der Kleine immer fortschnarcht, »Bitte, bitte, ergebenst!«, will ich auf ihn los und ihn fassen, in die ganze Applikatur greifend. Aber da stürzen sie auf mich los und reden wahnsinniges Zeug von Neid, Eifersucht und Missgunst. Unterdessen ruft einer, »Und welche Komposition?« und alle einstimmig rufen hinterdrein, »Und welche Komposition?« Göttlicher Zinnober, sublimer Komponist! Noch ärger als zuvor, schreie ich, »Ist denn alles rasend, besessen?« »Das Konzert war von Viotti, und ich, ich, der weltberühmte Vincenzos Biocca, hat es gespielt.« »Aber nun packen sie mich fest, sprechen von italienischer Tollheit, Rabia, mein ich, von seltsamen Zufällen, bringen mich mit Gewalt in ein Nebenzimmer, behandeln mich wie einen Kranken, wie einen Wahnsinnigen.« »Nicht lange dauert es, so stürzt Signora Bragazzi hinein und fällt ohnmächtig nieder.« Ihr war es ergangen wie mir. So wie sie ihre Arie geendet, erdröhnte der Saal von dem »Brava, bravissima, Zinnober!« und alle schrien, »Keine solche Sängerin geb es mehr auf Erden als Zinnober!« und der schnarchte wieder sein verfluchtes »Bitte, bitte!« Signora Bragazzi liegt im Fieber und wird baldigst verscheiden. Ich meines Teils rette mich durch die Flucht vor dem wahnsinnigen Volke. »Leben Sie wohl, bester Herr Balthasar. Sehen Sie etwa den Signorino Zinnober, so sagen Sie ihm gefälligst, er möge sich nicht irgendwo in einem Konzert blicken lassen, in dem ich zugegen. Unfehlbar würde ich ihn sonst bei seinen Käferbeinchen packen und durchs F-Loch in den Kontrabass schmeißen, da könne er denn Zeit seines Lebens Konzertes spielen und Arien singen, wie er nur Lust hätte.« »Leben Sie wohl, mein geliebter Balthasar, und legen Sie die Violine nicht beiseite.« Damit umarmte Herr Vincenzos Biocca den vor Staunen erstarrten Balthasar und stieg in den Wagen, der schnell davonrollte. »Hab ich denn nicht recht?« sprach Balthasar zu sich selbst. »Hab ich denn nicht recht, das unheimliche Ding, der Zinnober, ist verhext und tut es den Leuten an?« In dem Augenblick rannte ein junger Mensch vorüber, bleich, verstört, Wahnsinn und Verzweiflung im Antlitz. Dem Balthasar fiel es schwer aufs Herz. Er glaubte in dem Jünglinge, einen seiner Freunde erkannt zu haben, und sprang ihm daher schnell nach in den Wald. Kaum zwanzig, dreißig Schritte gelaufen, wurde er den Referendarius Pulcher gewahr, der unter einem großen Baume stehen geblieben und mit himmelwärts gerichtetem Blick also sprach. »Nein, nicht länger dulden diese Schmach. Alle Hoffnung des Lebens ist dahin. Jede Aussicht nur ins Grab gerichtet. Fahrwohl, Leben, Welt, Hoffnung, Geliebte.« Und damit riß der verzweiflungsvolle Referendarius eine Pistole aus dem Busen und drückte sie sich an die Stirne. Balthasar stürzte mit Blitze schneller auf ihn zu, schleuderte ihm die Pistole weit weg aus der Hand und rief, »Pulcher, um Gottes Willen, was ist dir, was tust du?« Der Referendarius konnte einige Minuten hindurch nicht zu sich selbst kommen. Er war halb ohnmächtig niedergesunken auf den Rasen. Balthasar hatte sich zu ihm gesetzt und sprach tröstende Worte, wie er es nur vermochte, ohne die Ursache von Pulchers Verzweiflung zu wissen. Hundertmal hatte Balthasar gefragt, was dem Referendarius denn Schreckliches geschehen, das den schwarzen Gedanken des Selbstmordes in ihm Rege gemacht. Da seufzte Pulcher endlich tief auf und begann, »Du kennst, lieber Freund Balthasar, meine bedrängte Lage. Du weißt, wie ich all meine Hoffnung auf die Stelle des geheimen Expedienten gesetzt, die bei dem Minister der Auswärtigen Angelegenheiten offen. Du weißt, mit welchem Eifer, mit welchem Fleiß ich mich darauf vorbereitet.« Ich hatte meine Ausarbeitungen eingereicht, die, wie ich zu meiner Freude erfuhr, den vollsten Beifall des Ministers erhalten. Mit welcher Zuversicht stellte ich mich heute Vormittag zur mündlichen Prüfung. »Ich fand im Zimmer einen kleinen, mißgeschaffenen Kerl, den du wohl unter dem Namen des Herrn Zinnober kennen wirst. Der Legationsrat, dem die Prüfung übertragen, trat mir freundlich entgegen und sagte mir, »Zu derselben Stelle, die ich zu erhalten wünsche, habe sich auch Herr Zinnober gemeldet. Er werde uns beide daher prüfen.« Dann raunte er mir leise ins Ohr, »Sie haben von Ihrem Mitbewerber nichts zu befürchten, bester Referendarius, die Arbeiten, die der kleine Zinnober eingereicht, sind erbärmlich.« Die Prüfung begann. Keine Frage des Rats ließ sich unbeantwortet. Zinnober wußte nichts, gar nichts. Statt zu antworten, schnarchte und quäkte er unvernehmliches Zeug, daß niemand verstand, fiel auch, indem er ungebärdig mit den Beinchen strampelte, ein paar Mal vom hohen Stuhl herab, so daß ich ihn wieder hinaufheben mußte. Mir bebte das Herz vor Vergnügen. Die freundlichen Blicke, die der Rat dem Kleinen zuwarf, hielt ich für bitterste Ironie. Die Prüfung war beendigt. Wer schildert meinen Schreck? Mir war es, als wenn ein Jäherblitz mich klaftertief hineinschlüge in den Boden, als der Rat den Kleinen umarmte, zu ihm sprach, »Herrlicher Mensch, welche Kenntnis, welcher Verstand, welcher Scharfsinn!« Dann zu mir, »Sie haben mich sehr getäuscht, Herr Referendarius Pulcher, Sie wissen ja gar nichts, und, nehmen Sie es mir nicht übel, die Art, wie Sie sich zur Prüfung ermutigt haben mögen, läuft gegen alle Sitte, gegen allen Anstand.« Sie konnten sich ja gar nicht auf dem Stuhl erhalten, Sie fielen ja herab, und Herr Zinnober mußte sie aufrichten. Diplomatische Personen müssen fein nüchtern sein und besonnen. Adieu, Herr Referendarius! Noch hielt ich alles für ein tolles Gaukelspiel. Ich wagte es, ich ging hin zum Minister. Er ließ mir heraussagen, wie ich mich unterstehen könne, ihn noch mit meinem Besuch zu behelligen, nach der Art, wie ich mich in der Prüfung bewiesen. Er wisse schon alles. Der Posten, zu dem ich mich gedrängt, sei schon vergeben an Herrn Zinnober. So hat mir irgendeine höllische Macht alle Hoffnung geraubt, und ich will ein Leben freiwillig opfern, das dem dunklen Verhängnis anheimgefallen. Verlaß mich! »Nimmermehr!« rief Balthasar. »Erst höre mich an!« Er erzählte nun alles, was er von Zinnober wußte, seit seiner ersten Erscheinung vor dem Tor von Kerepes. Wie es ihm mit dem Kleinen ergangen in Mosch-Derpins Hause, was er eben jetzt von Vincenzos Biocca vernommen. »Es ist nur zu gewiß,« sprach er dann, »dass allem Beginnen der unseligen Missgeburt irgendetwas Geheimnisvolles zum Grunde liegt, und, glaube mir, Freund Pulcher, ist irgendein höllischer Zauber im Spiele, so kommt es nur darauf an, ihm mit festem Sinn entgegenzutreten, der Sieg ist gewiß, wenn nur der Mut vorhanden. Darum nicht verzagt, kein zu rascher Entschluß. Lass uns vereint dem kleinen Hexenkerl zu Leibe gehen.« »Hexenkerl!« rief der Referendarius mit Begeisterung. »Ja, Hexenkerl! Ein ganz verfluchter Hexenkerl ist der Kleine, das ist gewiß!« »Doch, Bruder Balthasar, was ist uns denn? Liegen wir im Traume?« »Hexenwesen, Zaubereien!« »Ist es denn damit nicht vorbei seit langer Zeit?« »Hat denn nicht vor vielen Jahren Fürst Pavnutius der Große die Aufklärung eingeführt und alles tolle Unwesen, alles Unbegreifliche aus dem Lande verbannt, und doch soll noch dergleichen verwünschte Konterbande sich eingeschlichen haben?« »Wetter! Das müßte man ja gleich der Polizei anzeigen und den Mautoffizianten! Aber nein, nein, nur der Wahnsinn der Leute oder, wie ich beinahe fürchte, ungeheure Bestechung ist Schuld an unserem Unglück. Der verwünschte Zinnober soll unermißlich reich sein. Er stand neulich vor der Münze, und da zeigten die Leute mit Finger nach ihm und riefen, »Seht, den kleinen, hübschen Papa, dem gehört alles blanke Gold, was da drinnen geprägt wird.« »Still«, erwiderte Balthasar, »still, Freund Referendarius, mit dem Golde zwingt es der Unhold nicht, es ist etwas anderes dahinter.« »Wahr, daß Fürst Pavnutius die Aufklärung einführte zu Nutz und Frommen seines Volkes, seiner Nachkommenschaft, aber manches Wunderbare, Unbegreifliche ist doch noch zurückgeblieben. Ich meine, man hat noch so fürs Haus einige hübsche Wunder zurückbehalten. Zum Beispiel noch immer wachsen aus lumpigten Samenkörnern die höchsten, herrlichsten Bäume, ja sogar die mannigfaltigsten Früchte- und Getreidearten, womit wir uns den Leib stopfen. Erlaubt man ja wohl noch gar den bunten Blumen, den Insekten auf ihren Blättern und Flügeln die glänzendsten Farben, selbst die allerverwunderlichsten Schriftzüge zu tragen, von denen kein Mensch weiß, ob es Öl ist, Guache oder Aquarellmanier, und kein Teufel von Schreibmeister kann die schmucke Korrentschrift lesen, geschweige denn nachschreiben. Hoho, Referendarius, ich sage dir, es geht in meinem Innern zuweilen Absonderliches vor. Ich lege die Pfeife weg und schreite im Zimmer auf und ab, und eine seltsame Stimme flüstert, ich sei selbst ein Wunder, der Zauberer Mikrokosmos hantiere in mir und treibe mich an zu allerlei tollen Streichen. Aber, Referendarius, dann laufe ich fort und schaue hinein in die Natur und verstehe alles, was die Blumen, die Gewässer zu mir sprechen, und mich umfängt selige Himmelslust. Du sprichst dem Fieber, rief Pulcher, aber Balthasar, ohne auf ihn zu achten, streckte die Arme aus, wie von inbrünstiger Sehnsucht erfaßt nach der Ferne. Horche doch nur, rief Balthasar, horche doch nur, o Referendarius, welche himmlische Musik im Rauschen des Abendwindes durch den Wald ertönt. Hörst du wohl, wie die Quellen stärker erheben ihren Gesang, wie die Büsche die Blumen einfallen mit lieblichen Stimmen? Der Referendarius hielt das Ohr hin, um die Musik zu erhorchen, von der Balthasar sprach. In der Tat, fing er dann an, in der Tat, es wehen Töne durch den Wald, die die anmutigsten, herrlichsten sind, welche ich in meinem Leben gehört und die mir tief in die Seele dringen. Doch ist es nicht der Abendwind, nicht die Büsche, nicht die Blumen sind es, die so singen, vielmehr deucht es mir, als wenn jemand in der Ferne die tiefsten Glocken einer Harmonika anstriche. Pulcher hatte recht. Wirklich glichen die vollen, immer stärker und stärker anschwellenden Akkorde, die immer näher halten, den Tönen einer Harmonika, deren Größe und Stärke aber unerhört sein mußte. Als nun die Freunde weiter vorschritten, bot sich ihnen ein Schauspiel dar, so zauberhaft, daß sie vor Erstaunen erstarrt, festgewurzelt stehen blieben. In geringer Entfernung fuhr ein Mann, langsam durch den Wald, beinahe chinesisch gekleidet, nur trug er ein weitbauschiges Barrett mit schönen Schwungfedern auf dem Haupte. Der Wagen glich einer offenen Muschel von funkelndem Kristall, die beiden hohen Räder schienen von gleicher Masse. So wie sie sich drehten, erklangen die herrlichen Harmonikatöne, die die Freunde schon aus der Ferne gehört. Zwei schneeweiße Einhörner mit goldenem Geschirr zogen den Wagen, auf dem statt des Fuhrmanns ein Silberfasan saß, die goldenen Leinen im Schnabel haltend. Hintenauf saß ein großer Goldkäfer, der, mit den flimmernden Flügeln flatternd, dem wunderbaren Mann in der Muschel Kühlung zuzuwehen schien. So wie er bei den Fremden vorüberkam, nickte er ihnen freundlich zu. In dem Augenblick fiel aus dem funkelnden Knopf des langen Rohrs, das der Mann in der Hand trug, ein Strahl auf Balthasar, so daß er einen brennenden Stich tief in der Brust fühlte und mit einem dumpfen Ach zusammenfuhr. Der Mann blickte ihn an und lächelte und winkte noch freundlicher als zuvor. So wie das zauberische Fuhrwerk im dichten Gebüsch verschwand, noch im sanften Nachhallen der Harmonikatöne, fiel Balthasar, ganz außer sich vor Wonne und den Zücken, dem Freunde um den Hals und rief, Referendarius, wir sind gerettet, jener ist's, der Zinnobers verruchten Zauber bricht. Ich weiß nicht, sprach Pulcher, ich weiß nicht, wie mir in diesem Augenblick zumute, ob ich wache, ob ich träume, aber so viel ist gewiß, daß ein unbekanntes Wonnegefühl mich durchdringt und daß Trost und Hoffnung in meine Seele wiederkehrt. Ende von Kapitel 4 Kapitel 4 Vielen Dank.